Hallo Leute und willkommen zurück zu Crustorio, wo wir letztes Mal hier eine neue Ölverarbeitung aufgebaut haben, intensiv mit Beacons, hier oben die kleineren, für den Rest die großen, so dass wir nun genügend Schwefelsäure und genügend Kunststoff rausbringen. All das, was das bedeutet, heißt im Wesentlichen, nun werden wir irgendwo anders zu wenige Ressourcen haben. Ich gehe davon aus, dass das irgendwo dann bei unseren Chips sein wird. Und hier Gleichbauteile, zumindest alle Maschinen laufen, sie könnten etwas schneller laufen. Hier die, die könnten auch etwas schneller sein, denn hier die Raketensteu-Einheiten, da produzieren wir nicht in allen Maschinen. Und das bedeutet, dass wir nicht kontinuierlich an unserer Rakete bauen. Aber heute wollen wir uns wieder mal der Forschung widmen. Wir haben nicht mehr so viel. Hier der Antimaterie-Reaktor, der intergalaktische Receiver, der Antimaterie-Reaktor-Portabel und dann die Antimaterie-Panzerung, eher Bombe, so wie das aussieht. Das werden wir durchforschen und der ganze Rest, der da hier oben noch übrig bleibt, das ist die unendliche Forschung. Und wahrscheinlich werden wir heute nicht mehr dazu kommen, dann hier auch die letzten Schritte zu machen, nämlich den intergalaktischen Transziver aufstellen und aufladen. Ich denke, der braucht doch einiges an Energie, aber was wir hier machen können, ist, vielleicht bekommen wir das hier etwas schneller hin. Wenn ich das so mache. Das war zu schnell, wenn wir die einfach mal... so rauslegen und dann wahrscheinlich noch hier. Und jetzt... Jetzt bekommen wir die hier näher ran. Und das ist gut, denn die haben ein Tempo von plus 75 und hier nur plus 50. Also das heißt, hier bekommen wir etwas mehr raus, als bei den anderen. Und wenn wir jetzt hier... Das auf diese Seite legen, dann können wir hier noch einen Beacon platzieren. Und hier oben auch noch einen. Das heißt, all diese Maschinen... Und dann gleich schnell... Und gleich brauchen wir da dann statt gelben, blaue Greifarme. Gut. Jetzt ist das optimiert. Stellt sich die Frage, ob das genug war. Jetzt sieht es denn hier so aus. Das geht nicht wirklich rauf. Ja, vielleicht ganz leicht rauf. Da könnten wir natürlich auch mehr rausholen. Wenn wir die mal so versetzen. Auf der Seite fast Platz bekommen. Dass wir hier dann mit Untergrundbändern arbeiten können. Anscheinend eine ungerade Zahl. Okay. Wie kommt das hin? Und dann... Denn jetzt haben wir von außen... die Großen und von innen haben wir nochmals die... die Kleinen. Das heißt, wahrscheinlich ist jetzt unser Band zu wenig schnell. Das lässt sich beheben. Oh, man. Okay. Was ist, wenn wir das so machen, das so machen und dann eins, zwei, drei. Dann noch drei mehr rein. Und dann hier ran. Und das Band, das brauchen wir ja. Erst da oben machen wir das doch mal hier außen rum. So, können wir das hier abbauen. Und Untergrund, Untergrund. Und, Herr Wesses, kleine Wicons. Und dann brauchen wir vielleicht hier ein schnelleres Band. Und dann laufen auch all die. Und ich denke, da müssen wir einfach etwas warten. Ob wir dann auch all unsere Maschinen hier oben versorgen können. Denn, zumindest so wie ich das ursprünglich mal geplant habe, sollte sich das wunderbar ausgehen. Aber, ja, zumindest laufen mehr Maschinen als auch schon. Die Frage ist, laufen sie durchgängig? Drei Maschinen, die oben nicht versorgt werden. Aber es sieht zumindest aus, als ob dies die einzigen drei sind, die nicht genügend von den Tempomodulen bekommen. Was sieht es denn hier aus? Da sind wir voll. Das ist okay. Hier dürfen wir etwas mehr an den Start bringen, denke ich. So wenig Kunststoff. Dann beschleunigen wir doch einfach mal das Band. Und wenn wir hier ein volles gelbes Band bekommen und diese beiden Materialien auf ein Band legen, dann haben wir durchgängig ein rotes Band, das wir mit Material füllen können. Und das sieht so aus, als ob wir dann auch bis oben durch Material haben. Sehr schön. Dann heißt es jetzt nur noch warten, bis die Forschung durch ist. Eine hier, die Greifarme sind kontinuierlich am Greifen. Natürlich könnten sie schneller greifen. Ähm, aber, äh, hier. Diese Kiste ist auch voll. Und hier haben wir 400 drin. Wahrscheinlich hier unten. Ja, da sind wir auch fast voll. Das war die erste Forschung, die durch ist. Was bekommen wir da? Einen Anti-Materie-Reaktor. Ähm, ich suche mir da mal eine Maschine, wo ich das bauen kann. Anti-Materie-Reaktor. Ich denke, da brauchen wir nicht zu viel. Die dürften auch etwas teuer sein. Und eine Anti-Materie-Brennstoffzelle. Da brauchen wir einfach Salpetersäure dazu. Ah, für die Leere. Und die müssen wir dann in einer Materie-Montagemaschine aufladen. Und dafür brauchen wir Materie. Okay. Okay. So funktioniert das. Ähm. Wo haben wir Salpetersäure? Wir haben nicht allzu viel Salpetersäure. Äh, das liegt daran, dass die nicht allzu schnell sind. Ähm. Auch hier können wir noch Beacons platzieren. Wir können auch eine fortschrittliche Chemiefabrik hinstellen. Ähm. Jetzt müssen wir aber noch schauen, wie wir dann das Material... die hat nach unten bekommen. So könnte das durchaus funktionieren. Ähm. Uh, ja. Ähm. Uh, ja. Vielleicht uns da ein schneller Greifarm. Weiß es nicht. Wir werden sehen. Und dann natürlich... Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Das ist Geschwindigkeit. Hier. Das füllt sich. Das heißt, machen wir hier doch gleich nochmals eine Maschine hin. wo wir die produzieren. Davon haben wir wahrscheinlich immer zu wenig. Wir haben hier unten irgendwo als Teil von irgendeiner Forschung. Meinte ich zumindest. Produzieren wir die. Ja. Hier. Und wenn da am Schluss etwas übrig bleibt, dann ziehen wir die ab. Aber, so wie es aussieht, bleibt da nicht viel übrig. Und das Setup, das wir hier brauchen, ist das hier. So. Ähm. Und das bleibt nichts übrig, weil wir zu wenig. den hier haben. So. 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 wo wir da einfach. mehr von den. Das reicht auch nicht ganz für alle Maschinen. Und hier war ich ja noch dabei, das Ganze wieder zu sortieren. Ich habe fast das Gefühl, da brauchen wir eine andere Lösung. Jetzt mal hier unten durchmache. Und dann quasi das so umkehre. Dass ich Kupfer von unten und von oben bekomme. Und dann fehlt es an Kunststoff. Und dann machen wir das mal auf blau. Und dann hier machen wir rot draus. Das sollte helfen, dass wir da etwas mehr rausbekommen. Also, ihr seht, wie das so abläuft, bis unsere Forschung durch ist. Das ist eine 3000er, dann hier eine schnelle 500er und noch eine 2500er. Ich denke, wir machen heute für hier Schluss. Und schauen dann nächstes Mal, wie wir unseren intergalaktischen Receiver an den Start bekommen. Also, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.